Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause und Stadtentwickler Alfred Pfahl sprachen über neue Projekte zur Wirtschaftsförderung und Ansiedlung in und um Kaltenkirchen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen uns hier an einem ganz besonderen Ort in Kaltenkirchen und zwar an dem Ort, an dem wir die Wirtschaft weiterhin fördern wollen, ansiedeln wollen, ein Gewerbegebiet mit 22 Hektar Netto. Das passt wunderbar in unsere Entwicklung der Stadt. Kaltenkirchen ist eine prosperierende Stadt mit 21.000 Einwohnern im Mittelzentrum, mit Versorgungsfunktion für das Umland und da passt der Gewerbebau besonders gut hinein, weil wir auch den hier ansässigen Bürgerinnen und Bürgern und auch weiteren Hinzuzugswilligen gerne hier Arbeitsplätze bieten wollen und natürlich ist es auch so, dass wir im Bereich Gewerbe das Fundament für das alles sehen, was wir uns in der Stadt an Infrastruktur leisten wollen. Mein Wirtschaftsförderer oder der Wirtschaftsförderer der Stadt, Herr Alfred Pfahl, hier neben mir stehend, ist insbesondere zuständig für den Bereich der Wirtschaft mit mir zusammen, aber derjenige, der ganz konkrete Gespräche dann auch führt mit den Ansiedlungswilligen und ich übergebe mal das Wort auch an Herrn Pfahl, damit er mal über ein paar Einzelheiten informiert und wir wollen natürlich neugierig machen auf Kaltenkirchen. Wir wollen die Unternehmen neugierig machen, sich hier anzusiedeln, sie kommen hier gut an, sie werden hier gut auch betreut und das insbesondere durch die Wirtschaftsförderung und das ist in Person auch mein Wirtschaftsförderer, Herr Pfahl. Ja, zum Gewerbegebiet, die Flächen sind alle im Besitz der Stadt Kaltenkirchen, über Jahre entwickelt worden. Wir werden bis Frühjahr nächsten Jahres die Erschließung abgeschlossen haben, um dann hier insbesondere auch für größere Flächen ab zwei Hektar Größe wieder konkurrenzfähig zu sein. Unsere bisherigen Flächen, die wir so im Bereich des Gewerbegebietes Süd haben, sind gut nachgefragt worden. Wir haben jetzt noch einige Lücken, aber wie gesagt, Flächen ab 2000 Quadratmeter Größe stehen im Moment nicht zur Verfügung und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen. Es ist nicht nur die Neuansiedlung, sondern es ist auch bei uns insbesondere schon aufgrund der langjährigen Ansiedlung von Betrieben, auch im letzten in den Bereichen 70, 80er Jahre haben wir sehr viel Umsiedlungen und keiner möchte ja auf einen Betrieb verzichten. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, auch unseren vorhandenen am Ort der ansässigen Betrieben neue Flächen anzubieten und sie auch zu begleiten in der Verwertung der Altimmobilien. Ergänzend noch dazu, wir sind in der Lage auf den 22 Hektar, das ist für uns, meine ich, auch in der Metropolregion um Hamburg eine Besonderheit, auf Flächen größeren Querschnitts auch Unternehmen anzusiedeln. Wir erleben es eben auch in der Diskussion, wir waren jetzt gerade auf der Expo Real International Immobilienmesse in München, dass immer wieder größere zusammenhängende Flächen nachgefragt werden, die durchaus rar werden im Randgebiet Hamburg und das können wir anbieten in größeren Margen. Also es gibt auf der Homepage der Stadt Kaltenkirchen im Bereich Wirtschaft, wir haben eine neue Internetpräsentation gerade ins Netz gestellt, die Möglichkeit sich die Pläne anzugucken, aber sicherlich und das ist uns immer sehr viel wert, im direkten Kontakt mit uns auch gewisse Fragen zu beantworten und das insbesondere Herr Fall, auch der Ansprechpartner für Interessierte, die sich hier ansiedeln wollen. Ich stehe natürlich selbst als Bürgermeister auch sehr gern zur Verfügung. Sicherlich haben wir die Internetportale mit belegt, Immunet, Immunscout, auch unter www.kaltenkirchen, aber auch unter www.nordgte sind diese Flächen mit präsent. Der persönliche Kontakt liegt uns aber doch sehr am Herzen, um auch gleich am Anfang der Gespräche zu wissen, mit wem hat man es zu tun und welche Branche ist nachgefragt. Meine Telefonnummer, überall auch bekannt in den Schaubildern und auf den Hinweistafeln unter Kaltenkirchen 041 91 939 220 bin ich immer zu erreichen und auch per Internet über meine E-Mail-Adresse. Insofern, kurzfristige Rückantwort wird immer zugesichert. Ergänzend möchte ich, dass wir nicht nur für die Wirtschaft hier großes Interesse haben, sondern auch für Menschen, die sich hier ansiedeln möchten. Insbesondere haben wir für den Wohnungsbau vier B-Pläne jetzt in der Entwicklung. Wir sind in der Lage, auch den hier dann interessierten Unternehmen guten Wohnraum anzubieten in ganz unterschiedlichen Strukturen und sicherlich auch eine gute Sozialinfrastruktur. Wir haben sämtliche Schulen am Standort, Kindereinrichtungen, hundertprozentige Kindertagesstättenversorgung, was auch richtig ist für die Unternehmen. Wir haben ja die direkte Anbindung an die A7 mit zwei Anschlussstellen. Wir haben vier Haltestellen der AKN mit direkter Anbindung an Hamburg. Wir arbeiten jetzt gerade daran, auch sicherlich im Einklang mit dem Land Schleswig-Holstein und Hamburg selbst, an der Elektrifizierung und dem zweispurigen Ausbau der AKN als S21, die dann von Kaltenkirchen aus direkt ins S-Bahn-Netz Hamburg eingebunden wird. Und wir gehen auch davon aus, dass das im Jahr 2019, 2020 der Fall sein wird. Insofern meinen wir eine runde Sache für die Wirtschaft in allen Belangen, sich für Kaltenkirchen zu interessieren.